So, liebe Leute, es geht nun los. Der letzte Cup dieser Tour. Der Knochen Bowser Cup. Der Peach vs. Bowser Tour. Und diesen beginnen wir mit Yucata Dateson und dem roten Baron. So. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Guck da! Bruder, Steine! Uh, guck mal hier, mein Prinzchen! Meine Piderpflanzen! Ich weiß noch, ich bin Sack ab! Moin! Boah! So, jetzt wirklich hier Knochenhaki zu der Sache, du! Knochenhaki! Ganz sicher! So! Aber wir haben es geschafft! Daisy und den roten Baron! So! Was kommt nun? Botas Festung! Ich würde sagen, da lassen wir die Kater Daisy. Und Botas Festung machen wir mit einem Auto, was wir noch nicht genutzt hatten heute. Was wir auch neu bekommen haben. Und zwar Ist das hier dieses Tiger Fahrzeug. In Gold! Ne? Oh ja! Der ist mehr wert als der Bitcoin! So! Auf geht's! Bowsers Festung des Todes! Mit dem goldenen Tiger Auto! Wenn ich mal vorhin bin! Oh! 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 Ich bin das! Ich hab nühe Fisch da! Oh, ich hab nicht gesehen, ich hab nie. Oh! Oh, das ist ein Fisch da. Ich schaue die Boza. Wir mussten den gilligen Bowser bieten Den gillig geilen Bowser So Ich bin auf Eieiei Er will den Platz gegen die Er will der allerbeste sein 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 Aber der ist das bei niemandem In einem goldenen Tigerauto Hoffe ich jedenfalls Oh der kommt alter Er kommt Alte, das ist ein Team Wurde Hier Das ist ein bisschen zu desi Aber Boah Wir haben es geschafft Heftig Juhuu Das war echt heftig So Okay Dann kommt nun die letzte Strecke dieser Tour Und diese ist Peach Schlossgarten rückwärts Und ich würde sagen Auch hier nehmen wir nochmal Yukata Daisy Und Als Abschluss würde ich sagen Diesen wunderschönen krönenden Orangenwagen von ihr Mit den Locken So beenden wir diese Tour So Also auf gehts Peach Schlossgarten Rückwärts X 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 5 Öl, ne? Das schwarze Öl. Wo ist die Lumme? Nein. Hat zu viel geraucht die Kante, ne? Was kommt davon? Was ist die Kante? Achtung für Pflanze und Frau. Der Gledi hatte so ein schönes Kante. Ich möchte noch mal Pflanze. Wo sie eine Kante im Mund hat. Richtig lustig. So. So. Ja. Wenn der Banzler hüfte dich aus. Hüfte dich aus. Schwarz Lunge, ne? So, wir sehen uns auch die grüne Lunge. Oder das war wieder was anderes. So. Jetzt haben wir auch die verschiedenen Wege genommen. Im Peach Garten. Ich sagen, es ist ein schönes Ende. Ein schönes Krönes Ende. Satur. Und, das war's die Leute. Mit der Peach vs. Bowser Tour. Passt. Wie immer, gibt es noch einen. Ja. Es gibt noch einen. Finale. Finale. Und, das machen wir gleich. Also, bleibt dran für's große Finale. In dem Termin. Bis zum nächsten Mal. In dem Termin. Aus subtle. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.